Battlemania, Champions League, Rap oder Stirb. Als Nächstes haben wir zwei MCs, an die wir auf jeden Fall glauben. Mirror gegen Merlin. Merlin gegen Mirror. Maschine gegen Maschine. Mirror ist schon längst in der Berliner Szene ein Begriff. Er erlebt den puren Hip-Hop, Battle-Rap, Beats machen. Die ganze Kultur längst verinnerlicht. Merlin battelt seit er 16 ist. PA Sports, Mighty P, Shaban. Die Liste ist eigentlich endlos. Dieses Battle ist unjudged. Die Entscheidung liegt bei euch. Rap am Mittwoch. Und schon wieder nicht Kollegah gegen Cool Savage. So eine Scheiße. Ich gegen Mirror. Welch ein Duell. Ich bin beeindruckt. Ich battle gegen Merlin, der Spinner aus der Anstalt, am 19.03.2014 hier bei der Battlemania Champions League. Ich bin hier mit der Kraft der Kreaturen der Nacht seit 1995, Berliner Untergrund. Ich bringe den Rap zurück. Ganz egal, ob es euch passt oder nicht. Mirror, fühl dich gedrückt. Wenn das mit der Rapper-Karriere nicht klappt, kann ich dir immer noch ein Praktikum als Reinigungskraft in meinem privaten sanitären Bereich meiner Gemächer anbieten. Ist auf jeden Fall eine Zukunftsperspektive für dich. Meine Lines gehen unter die Haut, wie bei Chris Angels irgendwelche Münzen. Und das wird dein letzter Zaubertrick, mein Kleiner. Eyo, tut mir leid, dass ich deine nicht vorhandene Karriere am 19.03. zerstören werde. Es tut mir leid. Ich bin untröstlich. Wird bestimmt eine romantische Paarung. Ich hab ihn auf jeden Fall liebt. Ein Wilder Star Goes Abenteuer Langsam Untertitelung des ZDF, 2020